Hi, ich bin die Brigitte Grimmeisen, arbeite in der Telefonzentrale hier im Uniklinikum Essen seit 15 Jahren, glaube ich, bin ich hier, wenn ich mich recht erinnern sollte. So, und jetzt stehen hier Neuigkeiten an. Ich kann dir aber noch gar nicht sagen, was für Neuigkeiten, weil bis heute hat noch keiner mit uns gesprochen. Es schwirren Gerüchte rum, es soll sich irgendetwas verändern, natürlich nur zum Positiven, aber es ist immer wunderbar, mit uns als Arbeitnehmer hat ja noch keiner gesprochen. Und das ist ja sowas von beschissen, weil Kommunikation ja wieder total überbewertet wird. Warum soll einer mit mir sprechen? Steht halt nur eine Veränderung an, aber man muss ja nicht mit uns sprechen. Das Callcenter oder Mitarbeiter. Ja, ja, genau, soll sich irgendwas tun, man hört Gerüchte, aber wie gesagt, ich weiß offiziell von nichts. Ich versuche ruhig zu bleiben. Ich sage, ich kann mich erst dazu äußern, wenn überhaupt mal einer mit mir gesprochen hat. Das muss ja nicht unbedingt negativ sein, kann sich ja auch zum Positiven verändern, weil natürlich ist es schon so, dass im Klinikum die Ambulanzen einfach nicht erreichbar sind. Wir kriegen das ja mit. Aber es wäre ja vom Vorteil, wenn die Oberen in der Verwaltung mal mit uns, den Praktikern, die an der Front sitzen, die hier arbeiten, mal sprechen würden. Da könnte man ja auch mal vielleicht was zu sagen. Man könnte Vorschläge einbringen, irgendwas Positives. Aber unsere Arbeit ist ja eh völlig unwichtig. Man wird ja hier überhaupt nicht gewürdigt und ja, über unsere Köpfe hinweg entschieden. Ganz, ganz toll. Ich bin begeistert von meinem Arbeitgeber.